Hallo Leute und willkommen zurück zu Let's Play Minecraft, den Weihnachts-Special. Ja, ich nehme das hier wieder mal auf den letzten Druck auf. Kann natürlich auch sein, dass es hier wieder, das heißt wieder, aber dass es noch eine kürzere Folge wird als sonst. Kann sein, dass ich unter der Folge dann einfach mal stumm werde, weil ich nehme jetzt gerade so meine Zeit auf, da könnte es vorkommen, dass wieder tausend Leute durch mein Zimmer rennen. Ein, aus, ein, aus. Und das wird ihn, ich kann es schwer abschätzen, das ist unterschiedlich. Manchmal jetzt schon, manchmal schon vor 15 Minuten, manchmal erst in 15 Minuten. Ich hoffe, es ist erst in 15 Minuten, weil dann geht sich die Aufnahme schön aus. Ja, also. Äh, ich habe heute nicht wirklich so ein Thema, außer dass die letzte Folge ein bisschen ein Fail war. Aber, aber sonst geht es mir gut. Ähm, eigentlich müssten, hä? Wenn das weg ist, müsste doch, ja, gut. Dann weiß ich das jetzt auch. Das weg, das weg, das weg. Der, glaube ich, auf jeden Fall. Gut. Eigentlich könnte ich ja, ist ein bisschen cool. Beregen, Moment mal. Ups. Ich habe sicher keine Berechtigung. Ja, genau. Jetzt da. Höh? Habe ich jetzt? Nein. Okay. Ich habe jetzt, glaube ich, etwas vergessen, aber egal. Schlafen, geht das? Ja. Vielleicht hört es dann auf. Mal sehen. So, übrigens, ich lege jetzt kurz die Tonspur auf den anderen Bildschirm. Dann habe ich die Zeit im Überblick. Ja. Heute habe ich wirklich gar kein Thema. So fällt mir jetzt nichts an. Ist komisch. Habt ihr schon den Weihnachtsbaum gekauft? So, ich ja noch nicht. Beziehungsweise wir. Würde mich mal interessieren. Viele kaufen den schon. Jetzt? Wenn es den schon überhaupt gibt. Also bei uns schon. Nicht überall. Aber schon. Naja, bei einem Geschäft fällt mir jetzt gerade erst ein. Aber sonst? Keine Ahnung, wie das bei euch ist. Naja. Geht es da rüber. Oh, wie mache ich das jetzt? So werde ich es machen, genau. Ich würde eher sagen, so geht das. Falls man das jetzt gehört hat, das war wieder mal Simba. Simba, genau. Wie ich das jetzt gesagt habe. Simba. Simba, du kannst gleich runter. Warte noch. Ich will mein Special aufnehmen. Ja. Naja, ob das dann so geil aussieht, werden wir gleich sehen. Aber, ja. Achso, das gehört auch nicht mal so. Da gehört sowas hin. Ja, wir sehen gleich, ob wieder so aussieht. Ich klinge, glaube ich, ein bisschen heißer. Ich weiß aber nicht wieso. Ja, Simba. Der hüpft immer auf mein Bett drauf. Und traut sich da nicht runter springen. Der kleine Rekse. Nö, Spaß immer. So. Ihr könnt mir ja Fragen in die Kommentare. Doch, machen wir es einfach in die Kommentare. Weil auf Twitter werde ich nicht schauen, weil da habe ich mein Passwort vergessen. Und ich bin zu faul, dass ich das zurücksetze. Naja. Aber ihr könnt mir das mal in die Kommentare schreiben, wenn ihr Lust habt. Einfach Fragen oder Themen. Und das werde ich dann abarbeiten, falls jemand das schreibt. Werde ich erhoffen. Weil wenn nicht, dann bin ich traurig. Ja. So wie Simba gerade. Der weint auch. Ach, ich hab zu wenig. Und die... Naja. Genau. Die eine kann ich aber noch hin... Gebe ich... Ja. Warte doch. Dort nicht mehr lange. Höchstens fünf Minuten. Ja. Ups. Ich weiß gar nicht, ob ich noch mehr brauche. Ich hoffe jetzt mal nicht. Oh, das... Hä? Was hab ich da jetzt gemacht? Irgendwas stimmt ja nicht, oder? Ich glaube, das ist besser, wenn ich... Ja, genau. So wahrscheinlich nicht. Ja. Simba. Gebe ich dir vollkommen recht. Es ist zum Heulen. Hier sieht aus wie eine Zuckerstange. Aber ein bisschen. Nicht ganz, nur ein bisschen. Wer isst schon eine Holz-Zuckerstange? Ich nicht. Esst ihr Zuckerstange zu Weihnachten? Ich frag die komischen Dinge. Aber egal. Esst ihr Zucker... Boah, scheiße. Zuckerstange. Ich sag das Wort und vergesse es wieder. Ich hätte mehr gebraucht. Sechs, glaube ich, reich, oder? Ich mach mehr. Egal. Sicher ist sicher. Ja, nö. Das weiß ich genau ausgegangen. Aber egal. Äh. 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 So. Oder nö. Das weiß ich gar nicht genau ausgegangen. Nö. Eins. Zwei. Drei. Vier. Fünf. Sechs. Haha. Sieben. Zum Glück hab ich mehr gemacht. So, da ragt es eh mal drüber. Gut. Ich werde da dann noch irgendwie mal so ein Fenster machen wie hier. Irgendwie sowas ähnliches. Nur halt schöner. Dann hab ich was anderes vor. Vielleicht links und rechts. Muss ich mal schauen. Aber. Ah. Dann gehört hier noch eine Mauer rein. Und zwar bis hier. Das wird der Schlafzimmer werden. Also das kleine hier. Wofür brauche ich so ein großes Schlafzimmer? Vor allem in einem Singleplayer-Projekt. Äh. So. Das geht noch weg. Boah. Das sieht geil aus. Okay. Das sieht echt geil aus. So ein Schlafzimmer hätte ich echt gern. In echt jetzt. Ja, das wär's. Und das hier störe ich jetzt ein bisschen. Wenn ich das wegreiße, ist ja oben was weg. Nö, das kann ich nicht machen. Dann. Müssten wir. Vielleicht. Pfeiler. Ja, doch. So. Das war jetzt die Stelle, die ich gemeint habe. Wieder durch mein Zimmer geht. Ich müsste das jetzt geschnitten haben. Hoffentlich. Ähm. Ja, also wie gesagt, ich setze es jetzt noch um eins zurück. Dann werde ich die Folge beenden. Also ich kann es gar nicht zurücksetzen wegen dem Fenster. Hm. Ich könnte das so machen. Das ist schwer. Wenn ich könnte das so machen. Doch so mache ich das. Da geht man dann von der Seite rein. Also. Von Nö. Von hier. Ja gut. Würde ich sagen, war's das. Danke fürs Zusehen. Und. Und. Ciao. Warte. Oh. Vielen Dank.